Am späten Montagnachmittag wurde die Feuerwehr zur Kassmannstraße gerufen. Auf dem Gelände der ehemaligen Elisabeth-Hütte war aus bisher unbekannter Ursache Feuer ausgebrochen. Mindestens 50 Kubikmeter Abfall gingen dabei in Flammen auf. Die Feuerwehrleute waren bis 4.30 Uhr nachts im Einsatz. Die Brandbekämpfung gestaltet sich schwierig. Einmal, weil das Gelände natürlich sehr baufällig ist und zum anderen, weil dort drinnen jede Menge Unrat brennt und man schauen muss, dass man an das Feuer überhaupt erst mal richtig rankommt. Weil das frisst sich wie so ein Kamininfekt in einem Haufen weiter fort, ohne das Versehen, wo es letztendlich hochkommt. Auf dem unwegsamen Gelände erwartete die Löschkräfte nicht nur Feuer. Zu mehreren offenen Gullischächten kam auch der dichte und beißende Qualm. Verletzt wurde jedoch niemand. Laut Stadtverwaltung ist der Verantwortliche für das Gelände derzeit nicht zu greifen. Sein Sitz sei im Ausland. Der Aufforderung zur Beräumung des Geländes ist er bisher nicht nachgekommen. Nach Einschätzung der Stadtverwalter lagern auf dem Areal ca. 300 Tonnen Hausmüll.